Hallo ihr Lieben, willkommen in League of Legends Legaspiel. Ich habe leider vergessen, aufzunehmen, deswegen mache ich es jetzt mal ein bisschen später Zeit. Gegrüßt! Ah, hätte ich jetzt entzünden? Ich habe einen Marokai hier oben. Wie ihr ja sehen könnt. Es ist noch im Rahmen, dass ich mich halten kann. Beziehungsweise vor allem er sich. Ich bin noch gespannt, was das hier wird. Dann noch. Dominiere ich so ein bisschen. Deren Jungler war noch nicht zu sehen. Ist eine Amumu? Ist eine Amumu. Klingt auch so geil. Damage. Hätte ich jetzt entzünden. Ach. Dieser Moment, wo du denkst, wow, warum höre ich auf an, du? Aber easy. Okay, dann dauern wir da ein bisschen mal. Bitte, lass es nur raus. So, noch dominiere ich ein bisschen. So, er ist weg. Jetzt können wir pushen. Das ist natürlich ein Träumschirm. Wenn er jetzt hier ankommt. Ich ihn auch gleich wieder aussaugen kann. Da hat sich was gekauft. Noch ein Dorans Ring. Oh ja, komm. Ist gut. Mein Freund. Was hat denn er für Zauber? Muss ich mal noch mal gucken. Äh, Maokai hat Teleport und... Wo bin ich denn? Wo ist er denn da? Blitz! Schöpfen wir aus dem Volk. Talon hat... Oh Gott, weggefegt. Oh, wie knapp. Ach, ich geh einfach mal weg. Dann ist gut. Wenn ich den nächsten Zug kriege ich ihn. Dann hab ich auch ein bisschen mehr Lebensraum. Gut. Er wird getötet. Jinx. Ah, hat er's noch versucht. Er wollte tatsächlich noch kommen. Lol. Kann ich das anwählen? Nee, kann ich nicht. Dann gehen wir einfach mal so hin. Äh, die ist echt ein bisschen... Lo, wie gesagt. Deren... Zack. Danke für den Mord. Da muss ich mir ja schon regelrecht wirklich danken. Dann. Geist, du hast mit. Er pingt SS. Ich weiß, wie er ist. Ich weiß, wie er ist. Mhm. Ah, ich weiß noch. So. Schöpfen wir aus dem Volk. Ach. Shit. Pusht, na ja Pusht, sagt er Er wird in der Mitte wiedergehabt Ups, ausgesaugt Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen beruhigt bin, aber Ich konzentriere mich immer noch mal so ein bisschen zwischendurch Muss ich auch noch mal dürfen So, wahrscheinlich ist Momo hier Oder sagen wir so, die warten auf mich Weil ich meine, der Turm hat dann wirklich nicht mehr viel Auf dem Kerbholz Ach, ich brauche jetzt Abklingzeit Mekro hat 5 Sekunden, das ist schon mal super an sich So, ja, ja, komm, komm, komm So, ausgesaugt, danke schön Na, Mauk hat nicht so ganz die Schnitte Aber ich glaube, gleich kommt ein Gang Hauklose Na, möchte ich in eine Momo reinkommen? Haupte mal schon, ja Ich habe so viel Leben Ich komme noch nicht durch Mann So, gepinkt Mal gucken, was machen die anderen dann Wer hat dann da? Okay, jetzt No, 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 no Ah, ich habe gleich Wille der U-Alten Hm? Er ist da geblieben? Spaß, die Oh, hier kommen Wille der U-Alten Zack, zack Go, go Der pusht jetzt durch Stufe 7 Na, ich bin gleich Stufe 8 Nein, nein, nein Nicht schon wieder, nicht schon wieder Ja Und? Oh nein Scheiße Das war close Muss man ihn mehr lassen So, jetzt wird Leidig mir hoffentlich endlich nochmal einen Zacken stärker Ich habe noch keinen Kill Ich habe nur einen fucking Assist Wminiz Ist der schön mauckatt umgelichst? Nein Nein, 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 nein! Ah! Mann! Was macht der denn für ein Damage schon wieder? Das verstehe ich nicht, du Körn. Ich habe das dickste Buch Fähigkeitenstärke. 130 AP. Ich komme nicht durch. Ich stehe da wie ein Urang-Uter. Es geht nicht. Ich raffe es nicht. Jetzt komme ich ja hier wenigstens mal langsam in die Lane-Phase. Aber... Das geht mir nicht in die Ruhe rein. Ich verstehe das nicht bei manchen Charakteren. Vor allem, wenn ich in manchen Videos gucke. Was die da für ein Damage drücken für nichts. Geht er weg, geht er weg. Einfach hau ab. Oh! Lol. Die Amumu. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Er macht doch bestimmt einen Tower hier. Ich darf mal top. Ich kriege einfach keinen... Ich verstehe das nicht. Also, sorry, wenn das jetzt nicht schon der pure Counter ist, den ich jetzt habe. vom Hauke oder dieses Aussaug-Fähigkeit. Ich verstehe nicht, woran es hier einfach liegt, dass ich den nicht kriege. Irgendein Millimeter entzünden fehlt mir. Ich meine, das sehe ich ja auch. Das weiß ich ja auch. Aber... Komm, komm. Komm, schmeiß einen drüber. Wo ist Amumu? Wo ist Amumu? Ich meine, ich kann am Hinn stärker aussaugen, als die mir Schaden machen. Das ist super. Und ich regenere, 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 regenere. rerantemer, regenere, 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 regenere... ...reieranzug nach wie ein zunam an. Acht, löst dich etwas zu Next. Ohh Nein, 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 nein... ... жен... Mhm Maokai macht mehr Damage, aber so richtig überzeugend davon ist er jetzt aber auch nicht Kommt keiner, schade, er ist bestimmt gewordet Jetzt Flash und ein Rand ziehen zu mir Das wär's So, AD, AD, AD Die Übertal siegt, hätte ich gesagt, die Mehrheit siegt So, wir hatten Dark Hills Ah, Amomelus, doof natürlich Ah, langsam wird Uli stärker So So Top liegen Komm So Weg damit Machen wir mal hier Weg Oh, ihn auch Geh weg, Alter, geh weg, Alter Wenn der flasht und so weiter, dann bist du tot Lass es einfach Also es ist einfach Dieser Moment, wenn du merkst, nein Die wollen ein Teamfight, sie kriegen ein Teamfight Oh 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 Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. So, Jinx kriegt die Kills, sauber. Ach, schade. Yes, yes, ficken, Alter. Endlich. Nach all den Jahrzehnten hier. Oh, 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 oh. Ne, da bin ich back. Mir fehlt zwar nur noch ein bisschen, aber... Ach, shit. Oh, 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 oh. Kommt, keiner. So, Leben und Schuhe. Ich denke mal, das ist gerade... Vielleicht einen Tacken besser. Na, komm, 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 komm. Überleben müssen wir wieder mal so streng. Sorsch, Sorsch, Stein. Na, wo ist er? Ich habe mich vielleicht wieder geblieben. Nein. Mädels, schieß doch einfach drauf, schieß doch einfach drauf, Mädel. Mädel, Mädel, Mädel. Einen Schuss und der wäre tot gewesen. Das ist... Mann. Was machen die denn da? Es ist doch so... Ja. Lol. Tolle Rakete. Echt. 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 Mann. Mann, Alter, was... Scheißverficktes Team, ey. Mann. So, dass ich mir mit auf die Modul 1 sagte, warum riegst du dich auf? Fick dich, Alter. Fick dich einfach. Mann, die Situation, warum... Was verkackt denn die Bottlin? Wie geht denn das am Tor? Das raff ich nicht. Mann. Udi, geh jetzt einfach mal wieder zurück, ey. Das ist so ein Ficken. 1-3. Yes. Ja, läuft. Komm, nächster Weg weg. Äh, Udi. Ähm. Wie heißt er nochmal? Oh Gott. Sorry, habe ich Udi geschwinkt? Jetzt geh doch hier. Alter, meine Fresse. Was? Braucht er denn eine Einladung oder was? Scheiß doch auf den Top Tower jetzt hier. Lass den runnen. Lass den runnen. Nein, hat die echt meinen... It's... Goddamn. Das ist... Ey. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht. Was ist hier das Problem? Wir sind doch ständig im Gewinn. Wir machen mehr Damage. Wir sagen wie aus. Guck die mal an. Wie heißt denn jetzt nochmal? Dieser Udi. Alter, ich bin hier im Goldblatt. Mein Gott, man hofft doch mal, dass man nicht die absoluten Bronfen hat. Dass man den letzten Dünsch hat. Das hofft man. Darum spielt man ja auch ein bisschen um der Hinsicht, damit du auch leider das Findest. Läuft, ne? Aber. Dickes, fettes Aberhinter. Muss ich setzen. Weil es geht nicht. Dings hat die überhaupt Schuhe. Hat die sogar so langsam? Na, enttäuscht. Schnell als ich. Wer hätte ich es erwartet? Good job. Ja, wow. Zudem ein Ding hier. Nicht, stirbt er noch. Nein, Alter. Da stirbt er nicht. So, jetzt hier pushen. Jetzt ist aber genug da. Ja, nimm mit. Nimm mit, was du kriegen kannst. Ach. No, nee, 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 nee. Genau, dann habe ich in Ready den Weh. Ich warte doch, doch, ich drauf weiß. Wo bleibt denn der Lee Sin? Wäre der Lee Sin einfach mal mit reingekommen? Hätte er den gefickt? Ich raste, Alter, ich, scheiße, ich ticke hier gerade, das raste mir auf, weil das mein Promo ist. Das ist mein viertes oder fünftes Mal in der Promo. Ich bin in der Promo erstes Match geworden. Und jetzt kommen wieder solche verfickten Fotzen, Fotzen, Fotzen-Matches. Es geht mir auf den Pässe. Deswegen ganz ehrlich gesagt, bin ich eigentlich schon so aggro, weil ich, ich habe keine Nerven mehr dafür. Ich bin so gesättigt. Nein, geh doch auf den Schwäsch, geh doch auf den Schwächer und nicht auf den Starken, ey. Welch ist halb leer? Ist denn das so schwer? Hier hat man auch keiner weggebratzt, na sehr schön. So viel zum Inhip unterm Berg. Wo ist denn unser Team? Was macht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, push doch jetzt, ja, weg. Es, ich, ich kann nicht mehr, ey, das ist, oh Gott. Geh weg, was stehst du denn da? Alter! Pressen, pressen. So, jetzt pushen wir natürlich Mitte durch. Hier, hier, lies hin. Ich kann nicht mehr, Alter. Was läuft denn hier? Was läuft denn hier schief? Er schreibt ständig, good job. Ja, aber, ja, aber, ich meine, wir können doch gewinnen, wenn wir jetzt einfach nur mal nicht verkacken. Falle mich auch nicht. Geh dazu. Sehr schön. Nein, 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 nein. Nein, lass es, lass es, lass es. Geh weg, lass es. Die sind schon wieder so tanky, das haben wir schon wieder. Im Moment dieser LOL nur tanky Gegner. Und er da unten, bitte jetzt nicht stören, bitte nicht stören. Oh, die haben hier alle getroffen. Donn Mütz, ja. Ich meine, das ist ja lieb und fürsorglich, dass er auch für alle nochmal schreibt, Drake. Das muss man ja fast so sagen. Das ist ja schon lieb. Ist Trinity good on all board? Hier kommen ja Fragen auf. Ist er gewartet? Wir brauchen Minions, wir brauchen Minions auf Drake. Schöpfen wir aus. Ja, ich komme da nicht so schnell rüber. Ich hole mal die Minions. Unser erster Drake. Unser erster Drake. Ja, hat er gemacht. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt auch hier mal back. Bitte, bitte weiter. So, bitte weiter. So konzentriert hier. Morgana ist da oben hin. Okay. Ah, na gut. Morgana gibt nicht. So, sag aus, go go. Zack, 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 zack. Ich muss mich noch tanky werden. Okay. 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 Dahin wollen die jetzt gehen. Zum Baron. Ach, shit, verkackt alle. Ja, ja, auf dem Weg. Absolut. Das war's für heute. Ich bin mal ein bisschen Hilfe gebrauchen hier. Alter, da kommt auch echt keiner, weißt du? Es ist doch... Ich hab Sonja, siehste, hab ich gar nicht dran gedacht. Mann! Warum? Ich hab sie auf der Karte gesehen. Die gingen erst hier hin. Wo ist die denn hier hingegangen? Bitte, 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 bitte. Das ist... Nein, 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 nein. Ja, die im Tower. Gehend! Loll! Bitte jetzt endlich mal zusammen. Wenn wir da von der Mitte kommen, können wir hier den gleich wegnatzen und so weiter. Bitte, bitte, einfach mal nur zusammen. So, wir haben ja Morgana. Wir haben nicht wirklich... Ach, shit. Oh, nur Momente. Und Baron hab ich jetzt auch noch verloren. Beziehungsweise wäre noch Baron. Geh doch durch den Busch. Wart im Busch. Du bist doch gleich definitiv tot. Ja, hatte ich schon gesehen. Dieses... Ach, sorry, ich... Ich hoffe, dafür gehen. Verstehendnis? Wollte er mich pullen. Nein, ich bin... Nichts, ich bin... Aber da kann ich... Das, was ich nicht... Ich bin... Wollte... Ich bin... Oh, listen, oh, listen, oh, listen. Ich bin so unter Spannung schon wieder, wenn das Promo jetzt gewonnen ist. Das ist ja das Schöne, dann habe ich dermaßen Luft nach oben. Dann kann ich drei Spiele machen und sollte nur eins gewinnen. Muss. Schön, nicht reingelaufen. Das Blut gerinnt bereits. Hm. Was machen wir denn da? Wobei zum Drachen, ah. Drachen könnten wir contesten, ja, aber, na. Alter, zuerst, ich kann die Taste tot drücken. Das ist so doll. Jetzt Boxe weg, Boxe weg. Schieß doch, schieß doch einfach, schieß. No. Schieß, schieß, schieß. Nein, 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 nein. 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 Gott verdammte Putzenfick. Ey, wenn die jetzt hier durchpushen. Ich meine, die können nur den in den Poolen, aber. Ah. Ey. Es fehlt immer so dieses Stück Mühe noch daran. Jetzt holen die den. Oh, nein, bitte. Nee, 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 nee. Komm, das ist gut, das ist gut. Ganz Fokus unser Amumu. 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 War ich nicht ganz, Gott sei Dank. So, jetzt aber fast hier. Einfach nur den Inhib. Barron. Ja, und 20 Sekunden. Ich bin absolut flirr. Na. Na, der ist dann auch schon raus. Die Sache ist immer so, was wird das, wenn es fertig ist? Die beiden gehen. Mein Käfer lebt. Okay, inwiefern wir das jetzt schaffen? Wir schaffen das. Nein, nein, nein. Wir schaffen das. Echt? LOL. Oh, Gott. Ey, Mann, ich bin so unter Spannung. Es tut mir leid, Alter. Ich bin so im Liga, dass wenn ich jetzt gewinne, das nächste Match entscheidet, ob Platin oder nicht. Sagt uns gleich das nicht. Nein.